Nun fragst du mich etwas zu viel. Woher soll ich wissen? Deshalb bist du nicht von der russischen Legation. Natürlich bin ich von Legation Russischer. Bin ich der Portier? Als ich jung war, hab ich geliebt. Jede Stunde war ungetrübt. Aber das ist schon lange, lange her. Lange, lange her. Längst entschwunden ist all mein Glück. Niemals wieder kehrt es zurück. Für Vergangenes gibt es keine Wiederkehr. Leider kommt die Jugend niemals mehr. Miau. Musik 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 Er hat vier Häuser neben dem Stadtgeschäft. Und niemand sorgt sich dafür. Und drum meint er, wäre ich zum Heiraten doch als Vizepräsident vom Arada-Schweinemask-Club doch eigentlich bald im richtigen Alter. Also wenn Sie, Fräulein Erna, bereit wären, ich wäre bereit. Vier Häuser. Und ein Stadtgeschäft. Musik Das muss man sich überlegen. Musik Aber jetzt frage ich dich, Moschee. Ein besserer Herr, Moschee. Ein besserer Herr. Was macht der Damenbekanntschaften in einem Lokal mit roter elektrischer Leuchtreklan? Musik 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 Vielen Dank.